Dieses Bild wiederum sieht man auch, diese Tupfen und diese Striche, und das ist wiederum vom Impressionismus. Man glaubt das gar nicht, wie toll er diesen neuen Impressionismus integriert mit einer Art der klassischen Gründerzeitmalerei, wie wir das von Markart kennen. Das ist ja sehr von Markart auch her, das frühe Werk von Rothaub. Dieser geschichtliche Kontext von Rothaub, auch im Zusammenhang mit Ausländern wie Maxfield Parrish und wie Norman Lindsay und Franz von Stuck, das ist noch einer, man begreift und versteht und schätzt das Werk von Rothaub noch mehr, wenn man diese Zusammenhänge kennt. Die Künstler, die großen Künstler, haben sich nie als Isolierte empfunden, sondern immer im Zusammenhang mit Freunden, Freunden aus der Vergangenheit auch, aber alles Freunde, Künstler, die sozusagen von dieser eine Genius sich speisen lassen. Und das war in diesem, ein ganz starker Ausdruck der Schönheit und der Würde des Menschen in diesen Werken von Rothaub. Man merkt auch, dass er die Menschen geliebt hat, dass er die Würde des Menschen auch als das Hauptthema der Kunst überhaupt sich vorgestellt hat und dargestellt hat.